Hallo meine Lieben, da bin ich wieder. Ich habe jetzt mit dem Zoo mal ein bisschen weiter gemacht, also mit dem Berg. Und zwar habe ich hier unten einen kleinen Bären reingesetzt. So eine Statue. So ein Angedenken an den Bär, der hier mal gelebt hat. Irgendwann, denke ich mal. Und ich habe inzwischen auch rausgekriegt, wie man wieder gruppiert. Das war dieses Symbol. Gut, ja, hatte ich zwischenzeitlich vergessen. Und zwar habe ich jetzt diesen Steg ein bisschen höher gesetzt. Na, geh mal weg hier. Weg. Und hier unten noch so ein paar Treppen, ein paar Stufen rangebaut. Und dann den ganzen Steg kopiert und da drüben auch nochmal rangesetzt. So, damit man eben halt... Und hier sind ein paar Boote jetzt. Ja, damit man da auch rüberkommt, ne? Die kommen alle mit dem Boot, habe ich mir so gedacht. So, jetzt muss ich mal gucken. Ich hatte jetzt gerade mal die andere Tastatur genommen, ob ich da jetzt mit so viel klarkomme. So sieht die Insel jetzt aus. Sieht hier unten. Hier sind noch ein paar Felsen und ein paar Pflanzen, habe ich hier reingesetzt. So. Warte mal. Das sieht jetzt so aus. Und hier... Huch. Wieso dreht denn der so schnell? Da muss ich nochmal langsamer stellen. Hier habe ich jetzt doch so eine Stelle, wo meine geliebten Seerosen sind. Weil ich das einfach total schön finde mit den Seerosen. So, das ist hier. Das ist so eine bewachsene Ecke. Und da gibt es hier noch ein paar Blümchen. Und hier ein paar große Seerosen. Ich muss mal sehen, dass ich mit der Tastatur... Es hakt jetzt gerade noch so ein bisschen, bis ich mich jetzt irgendwie wieder an diese Tastatur gewöhnt habe. So. Das ist jetzt also unser... unsere Insel. Mit den beiden, mit den drei Sitzplätzen. Das finde ich auch total schön hier. Hier würde ich doch gerne sitzen, ne? Die Ecke finde ich eigentlich am schönsten. So, was ich jetzt heute mal machen wollte... Äh... Ich werde sicherlich an der Insel noch ein bisschen weiter arbeiten. Ah, aber mir ist jetzt eingefallen... Ich würde gerne mal probieren... Ob ich hier... Wenn man hier so lang geht... Hier ein paar Felder hinmachen kann. Also so... Die soll aussehen wie Felder. Ich weiß gar nicht... Jetzt muss ich mal kurz zurückgehen. Hier irgendwo soll ja unser... Haupthof sein. Dann überlege ich jetzt, glaube ich... Eigentlich hatte ich jetzt hier im Kopf, die Felder zu machen. Ah. Hier könnten wir eigentlich auch nochmal Plus weiterführen, ne? Ha. Das überlege ich jetzt gerade. Ah, also meine... Warte mal, das... Ich glaube, das mache ich auch. Warte mal, ich nehme mal hier das Wasser nochmal raus. Und jetzt muss ich mal gucken, was auf irgendeinem steht noch. Das ist gut. Größe... Machen wir mal vier. 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 Stärke machen wir mal ruhig voll. Ne, die sind doch ein bisschen größer. Das ist noch sechs. Das ist hier nochmal so ein Bach weggeht. Das muss ich mal gucken, wo der hingeht. Der geht hier hinten da oben rum. Da machen wir jetzt nochmal so ein Bächlein. Ach, das wird noch viel Arbeit, da ist Uwe, will es machen. Aber das sollte jetzt mal so ein einfacher Bach werden. Weil... Ich mir überlegt habe... Da ist ein Baum. Ach, komm, mit dem Baum gehen wir erstmal rum. Da geht es jetzt so irgendwie hier so lang. Verschwindet da hinten dann irgendwann. So, und zwar habe ich mir überlegt, dass ich hier so einen Fußgängerweg mache. Also hier wird so ein typischer Weg... So was gibt es bei mir nämlich, wo man so mit dem Hunden spazieren geht. So was soll da hin. Aber jetzt machen wir erstmal hier das Wasser wieder rein. Ja, dann verschwindet da hinten so ein Bach. Und... Da, wo ich mit Bienchen aufspazieren gehe, das ist so ein Platz. Da kann man hier vorne irgendwie so ein Auto irgendwie hinstellen. Und dann geht hier so ein Feldweg lang. Jetzt wollte ich mal gucken, ob ich sowas nicht mal simulieren kann. Und zwar machen wir mal vier... Fünf vielleicht. So, dass man jetzt hier quasi so ein Feldweg hat. Muss ich mal gucken, ob das überhaupt geht, so wie ich mir das gedacht habe. Äh... So, dass man hier so ein Feldweg lang geht. Wo natürlich auch die Bauern mit ihrem Trecker langfahren. Und jetzt muss ich mal gucken. Ich habe mir das überlegt. Oder nimmt man die Erde schwer? Nee, ich glaube, das ist schon besser der hier. Jetzt muss ich überlegen, ob ich da einen richtigen Weg nehme. Oder ob ich da nur einen gefakten Weg nehme. Und zwar ist da ja oft... Ich will mal gucken, ob das geht. In der Mitte so eine Grasnarbe. Ah, das kriegt man so nicht richtig hin, oder? Doch, sieht schon ein bisschen so aus. Vielleicht noch kleiner, sogar auf 1. Was geht das mit 1 überhaupt? Das kennt man ja, ne? Also die Leute, die mit Hunden spazieren gehen, kennen das ja. Dass man so Feldwege hat. Und an der Seite ist dann oft so ein... Ähm... In der Mitte ist dann oft noch so eine Grasnarbe. Und hier fährt man dann halt mit dem Trecker lang. Und da war hier nochmal ein bisschen so. Müsste man eigentlich das auch wahrscheinlich... Hier ein bisschen tiefer setzen, ne? Geht das mit 1 überhaupt? Doch. Passiert da was? Ich meine, es sieht jetzt schon so aus, als wenn es tiefer wäre, ne? Nee, wir machen den ganzen Weg tiefer, glaube ich. Nee, wir machen nur die Spur tiefer. Aber das machen wir hier mal ein bisschen höher. Das ist auf 30. Und auf 2. Genau, das sind nämlich diese... Wo sich dann immer die Pfützen bilden. Und man immer nasse Füße kriegt. Oder immer so zickzack laufen will, wenn man da lang geht. Wer kennt das nicht? Also alle, die Hunde haben, kennen es. Oha. Halt ja. Soll da was sein. So, ne? Dann hatte ich mir überlegt. Das waren jetzt hier an der Seite vielleicht ein... Eigentlich möchte ich mit dem Weg über den Bach rüber gehen. Dann hätte ich den Bach vielleicht doch hier so lang machen sollen, ne? Hm, da weiß ich noch nicht, wie ich das mache. Ich hätte nämlich schon gerne eine kleine Brücke über den Bach. So, machen wir erstmal den Weg weiter. Der war das, ne? Ja. So, warte mal. Wo geht denn der Weg lang? Der soll da so rüber gehen. Dann machen wir den mal kurz auf volle Pulle. Und den machen wir auf 4. Das war erstmal den Weg lang ziehen. Die 5 hatte ich da, glaube ich, ne? So, der geht dann hier so lang. Das ist so schmal, nö. Das passt. So, der geht hier so lang. Und da soll dann eine Brücke rüber gehen. Da kommt dann so eine kleine Holzbrücke rüber. Aber da sieht man schon, was das für ein Unterschied ist hier, wo ich das Grüne gemacht habe. Obwohl ich... Oh, das muss doch breiter, ne? Und wo nicht das Grüne ist. So. Und dann machen wir jetzt hier nochmal wieder den kleinen und den ganz kleinen. Aber ich so. Na, ich glaube, 1 war ganz gut. Ne, tut sich nichts mit 1. Ach, das kann ich euch ein bisschen hören. Jetzt ist es ein bisschen schneller. Ja, solche Wege gehe ich ja oft mit Bienen, ne? Dann hat man immer so... Dann hat man hier wieder eine Pfütze und da wieder eine Pfütze. Und dann muss man wieder so um die Ecke gehen und so. Könnte man eigentlich auch mal ruhig ein bisschen schwerer dazwischendurch machen. Weil ich auch immer so schnell, wo es so richtig matschig ist. Wie ist der Weg jetzt breiter geworden, ne? Kann das sein? Ja, vorher hatte ich einen schmaler. Jetzt muss man hier noch ein bisschen breiter machen. Wohl sind ja oft so ein bisschen ungleichmäßig, ne? Aber wenn die da mal mit dem Trecker langfahren, dann fällt sich das ja raus. Juhu, dann brauchen wir den nochmal wieder. Dann machen wir noch zwei. Das wird so toll hier. So, wenn wir ein bisschen runter sind. Ein paar Kohlen rein. Oh, das ist ein bisschen sehr ausgefahren, ne? Naja. War halt ein feuchter Sommer und dann hat sich das jetzt so ausgefahren. Oh, warte mal. Könnte man hier ja auch mal... Jetzt brauche ich mal schmutziges Wasser. Wollen wir jetzt hier so kleine Pfütze reinmachen? Oh ja, das ist ja cool. Und da machen wir dann aber... Vielleicht mal Wasser ausfiehlt, so. Und da machen wir aber dreckiges Wasser rein. Was war das jetzt hier? Schmutzwasser. Genau. Dieser typischen Pfützen, den man immer hat, immer auf solchen Wegen. Wenn man da lang gehen will und plötzlich hat man da irgendwie so eine Pfütze. Jetzt hätte ich schon noch gerne ein bisschen... Aber wenn ich den ganzen Weg noch runtersetze, ne? Kriege ich da ein bisschen mehr Wasser rein? Geht da schon ein bisschen mehr Wasser rein? Ah, so geht's nicht. Nee, geht nur so eine kleine Pfütze. Naja gut, besser eine kleine Pfütze als keine Pfütze, ne? So, hier kommt ein bisschen Gras. Halt, das ist schon wieder zu dick. Und da kommt... Ne, Gras muss auf eins. So, habe ich mir das gedacht. So, und jetzt hier in der Ecke könnten wir eigentlich auch mal nochmal so eine Pfütze hinmachen, ne? Also, das war hier so. So, weil die hier immer so um die Ecke brettern, brettern, wollte ich sagen. Sie hat sich hier natürlich auch so eine Pfütze gebildet. Da sehen wir, dass wir es hier hinkriegen. So, geht nicht. Ist dir wieder zu hoch, ne? Guck mal, ist doch tief genug. Wieso kriegst du denn da jetzt keine Pfütze hin? So, geht doch. Oh, ich könnte jetzt alles voller Pfützen machen. Aber da machen wir natürlich auch dreckiges Wasser hin. Höher geht's irgendwie nicht, ne? Vielleicht soll ich die noch ein bisschen tiefer machen. Ne, da kommt man da ja gar nicht mehr durch. Aber wir machen die mal... Ich versuche die mal ein bisschen größer zu machen. Ja. Abgewähltes Wasser. Ich krieg's nicht größer, leider. Auswählen. Na, geht. Okay, das ist jetzt ausgewählt. Und da machen wir natürlich schmutziges Wasser. Schmutzwasser. So. Weil das ist da ja nicht so sauber, ne? Na Gott, das reicht so. Zu viel Wasser müssen wir ja auch nicht machen. So. Und dann würde ich jetzt gerne... Jetzt haben wir schon mal den Feldweg. Das sieht schon ziemlich feldwegig aus, finde ich. Und hier. Noch ein bisschen Gras zwischen. Das Ufer davon, den Fluss muss ich natürlich auch noch ordentlich machen. Das ist jetzt natürlich so ein bisschen hingehuscht. Und dann machen wir das Wasser nochmal hier raus. Und machen das jetzt hier nochmal. Das ist so ein Bewässerungsgraben halt, wie man das immer so hat, ne? So, und hier. So, das tiefer machen. Das wird da ne Brücke rüberkriegen. Muss ich mal gucken, ob ich jetzt da ne Brücke hinkriege. Das hab ich auch schon ewig nicht mehr gemacht. Wahrscheinlich quarkt er dann wieder rum. Mit dem Wasser. So, das mal auch mal immer weich machen hier. So, wenn jetzt hier Wasser drin ist. Echt so hoch? War das so hoch? Ah, kommt hin. Ist unser Steg noch richtig? Ist immer schwierig, das Wasser wieder so hinzukriegen, wie es war. Aber das sieht man jetzt doch erst richtig. So, und es muss hier natürlich ne Brücke rüber. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das hinkriege, wie ich. Äh, das muss ich ganz kurz machen. Und zwar will ich so eine hier hinhaben. Das soll ja nur ne Spaziergängerbrücke sein, ne? Soll man ja gar nicht... Warte mal, dann müsste... Dann ist das jetzt Quatsch. Dann muss da mal der Weg, Gelände... Das müssen wir nochmal kurz anders machen. Und zwar... Muss hier natürlich jetzt Gras hin. Weil dieser Weg, der führt jetzt natürlich... Der Bauer fährt natürlich nicht mit über diese kleine Spaziergängerbrücke rüber. Der muss jetzt... Sechs war glaube ich ganz gut. Der fährt natürlich dann hier so lang. Zusammenfällt. Hier geht der Weg lang. Weiter. Also... Feldweg. Das hat man ganz oft übrigens hier, wo man spazieren geht, dass man da so einen Feldweg hat. Und dann hat man da so einen Fluss. Und... Dazwischen sind dann hier so ein paar Bäumchen. Meistens Weiden oder sowas hier an der Raube. Obwohl, die Kurve ist ein bisschen sehr eng, ne? Obwohl, nö. Nö, passt schon. Passt schon. Uch. Falscher. So, den machen wir jetzt mal so. Da geht der Weg weiter. Können wir mal die ganzen Weg so ein ganz bisschen tiefer setzen. So, das mal größer machen. Alter, das ist nicht so viel. Und dann brauchen wir hier in der Mitte wieder unseren kleinen Streifen. Wenn man das ein bisschen als Fahrspur erkennt. Ah, da kann man euch zwei. So. Und dann mache ich, glaube ich, in der Mitte nochmal so ein ganz bisschen von dem dunklen Erde. Dann sieht das ein bisschen nach Fahrspur aus. So, von dem hier. Ein klein vielleicht geht das in eins. Braucht man den Weg nämlich gar nicht alles so komplett runterziehen. Weil das nämlich von selber so aussieht, als wenn das ein bisschen tiefer wäre. Ja, da hinten machen wir dann irgendwann mal weiter. Ich will jetzt erstmal die Brücke machen. Ja, das sieht doch schon mal ziemlich nach Feldweg aus. Finde ich jedenfalls. Da könnte man auch das ganze Gelände sowieso mal jetzt ein ganz bisschen anheben, dass das Feld nicht... Obwohl, die Fälle sind auch flach, ne? Na komm, ich mache jetzt das mal. Ich werde mich gerade so ein bisschen drücken um die Brücke, weil was immer so ärtzend ist. So, und hier... ...möchte ich eine Fußbringerbrücke drüber haben, aber welche passen am besten. Also beide in der falsche Richtung irgendwie, ne? Na egal. Ist eigentlich doof. Dass man die nicht drehen kann. Ich hätte die natürlich bis gerne parallel, aber egal. Oh, wo ist denn jetzt? Ich hätte die Bretter gerne parallel zum Fluss. Aber das Funkschöne gönnt nicht. Na gut, pass auf. Dann machen wir hier mal so eine... So. Das war jetzt irgendwie... So, Stufen brauchen wir. Und zwar... ...würde ich mal kleine Stufen, damit ich das besser steuern kann. Hauen wir mal weiter. Ich hoffe, dass das schon reicht, so. Oder... Können wir ja auch so eine Brücke machen, dann haben wir das parallel. Ja, ich glaube, das ist so. Eins, zwei. Eins, zwei. Drei, vier. Ich hab mir nicht gedacht. Äh... Äh... Noch ein weiter. Na komm. Hoch. Äh... So. Jetzt den Ding. Wo soll ich denn? Los, runtergehen. Ja, jetzt passt das. Okay. Jetzt passt's. Aber... Ich will den nicht haben. Und ich will den nicht haben. Ist jetzt schön. Kann das sein, dass Gelände noch auf Abflachen steht? Der Weg. Hab ich das vielleicht nicht ausgestellt? Gelände abflachen. Ja, ich bin so doof. Na egal. So. Aber ich glaub, die Wegstützen will ich hier nicht haben. Diese kleine Brücke braucht keine Wegstützen. Weg, 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 Weg. Warte, Weg. Weg, 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 Weg. Ja, ich muss denn hier diese Wegstützen nochmal. Wegstützen da. Ich muss jetzt so machen. Dann geht die doch weg, ne? Machst du mal die Wegstützen weg. So. So. Lassen wir so eine Holzbrücke oder mache ich eine dunkle? Ich glaube, das alte Holz passt da besser. Oder? Seht das so aus? Ah! So eine Brücke? Nee. Nee, 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 doch die Helle. Oh, da war die. Die Helle passt da besser. So, dann müssen wir uns jetzt natürlich hier noch ein Weg hinmachen. Äh, nee, kein Weg. Keinen richtigen Weg. Einen gefakten Weg. Ah, dann können wir mal so einen Sandweg machen, ne? So, da geht's dann dann hin. Da kann man dann hier hinten spazieren gehen. Wie es da weitergeht, weiß ich noch nicht. Machen wir noch Gedanken drüber. Auf jeden Fall soll das ja nur so Fußgängerüberweg sein. Und da muss noch ganz viel Deko-Kram hin. Oh, das wird schwierig. Ich meine, man könnte hier natürlich auch mal den Weg nehmen. Warte mal, ich will dich jetzt gerade. Wie das denn aussieht, wenn man den nimmt. Äh. Das sieht auch komisch aus, ne? Vor allem, weil der so ein... Nicht kein geschlossenes Ende hat. Ah. Nee, gefällt mir nicht. Aber wir könnten den mal machen. Dann macht er nämlich hier so ein... Bierchen. Ach, geh weg. Nee, das sieht irgendwie komisch aus. Also hier muss ich nochmal drüber nachdenken, wie ich das hier mache. Wahrscheinlich muss ich jetzt erstmal ein bisschen Bewuchs drumherum, damit das ein bisschen richtiger aussieht. Weil so sieht es irgendwie noch völlig kacke aus. Entschuldigung, wenn ich das mal so sagen will. Hier muss noch irgendwas drumherum, damit das noch irgendwie echter aussieht. Und aus wem muss hier das Gelände ein bisschen höher. Und ganz viel Pflanzen müssen hier natürlich noch hin, ne? Alter, war das der Weg? Da, wir haben den Ufer, was... Machen wir mal so ein... Ah, Deich hin. Das muss ich mal einfach kurz den Fluss wieder wegnehmen. Das passt das natürlich nicht. Ach, diese Musik ist auch echt schön, ne? Ah, ich glaube... Hier mache ich auch. Oh, das zeigt doch ein Großgras hin. Wollen wir sehen, wie es jetzt aussieht. Das ist ein Anlass, glaube ich, ne? So. Ich muss hier mal ein paar Pflanzen hinmachen, damit das nicht so komisch aussieht. Die könnten natürlich auch... Ah. Diese Pappeln, nein, so eine Pappelallee machen oder so. Also die Pappeln finde ich nämlich ganz schön. Wann ist die hier? Ich muss ja erstmal hier ein bisschen orientieren, wie man an einer neuen Tastatur da ist. Genau, da ist das. Hä? Wie war das nochmal wieder? Hä, wie ist das doof? Wieso dreht er die nicht, der Tastatur? Doch, macht er doch. Doch, 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 doch. So, hatte ich mir das gedacht. So, mal gucken, wie das weitergeht. Weiß ich noch nicht. Jetzt würde ich gerne mal ein Feld testen. Ich hatte mir nämlich überlegt. Das wird noch viel Arbeit. Ich hatte mir nämlich überlegt, hier so eine Art Rapsfell zu machen. Mal gucken, ob das überhaupt geht, wie ich mir das so gedacht habe. Und zwar gibt es ja diese gelben Blumen, die ich so gerne mag. Ob man damit ein Rapsfeld hinkriegt, mit denen hier. Mal gucken, wie das aussieht. Ne, das ist zu weit. Das ist jetzt vielleicht. Mein Raps ist ja relativ hoch, ne? Was ist denn das überhaupt? Goldrute. Oder die Reihen. Wenn ich jetzt die Reihen mache. Jetzt müsste ich die wahrscheinlich ein Stück versenken. So, damit es rapsiger ist. Wah! So, und wenn ich jetzt, ähm... Äh... Wenn ich jetzt diese mache. So, mach. Die Reihen sind ja immer schnurgerade, ne? Und jetzt, wo ich weiß, wie das mit dem Gruppieren geht, könnte das ja sogar funktionieren. So. Wo mir das jetzt wieder reingefahren ist, dann haben wir jetzt dieses Teil. Aber halt... So. Gruppieren. Und... Dann... Nein. Sollst du das so machen? Und X. Warum macht das jetzt nicht mehrmals? Warum soll ich das jetzt als Einzelne machen? So, jetzt kann ich doch das wieder gruppieren. Und zwar den, wie ich habe. Wird doch langsam. Das sieht zwar jetzt irgendwie völlig sich wiederholend aus, aber so ist das ja bei Feldern, ne? Die sind ja alle so... So, und wenn ich jetzt, äh, nochmal das gruppiere. Nochmal als Gruppe. Und nochmal daneben setze. Das sieht doch schon, finde ich, ziemlich fällig aus, ne? Was man jetzt natürlich machen könnte, ist, äh, 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 ich will jetzt mal eine Einzelne. Äh, wenn ich jetzt dann noch so ein paar Ausreißer mache. Ne, warte mal, das machen wir jetzt nicht genau eckig. Sondern... So, bis zum Weg ran, dran. So, dass zumindest die Kante vorne... Dass es nicht komplett eckig ist. Komm, können wir auch den nehmen, ne? Ein bisschen Grünstreifen muss ja noch bleiben. So. Jo, rausrufe ich das ganz gut. Das sieht so ganz so gleichmäßig aus. So, und wenn mir das jetzt vorne nicht so komisch aussieht, überlege ich jetzt gerade, wo ist denn hier meine Preise? Nochmal, so, wo ist das? Machen wir hier noch so ein paar Verstreute. Äh, nein, was ist das? Das wird das. So, ein paar Ausreißer. So, das sieht völlig eckig aus. Jetzt setze ich da jetzt noch ein paar rein. Schon sieht das nicht mehr so ganz langweilig aus. Oh, mein Name, FPS. So. Da haben wir unser erstes Feld. Mein Gott. What a-oh, my. Jetzt muss ich mal den nochmal ein bisschen runtersetzen. Der ist ein bisschen hoch. So. Und dann, oh, hierherseite auch nochmal so ein paar Ausreißer. Also, gleichmäßig wachsen die ja nur auch nicht, die Felder. So, dann ist hier auch noch ein bisschen ungleichmäßig. So, ich denke mal, so kann ich das erstmal lassen. Finde ich. Das ist ein bisschen klein, das fällt, ne? Das muss jetzt eigentlich nochmal so doppelt so groß, oh Gott. Das ist ja total mickrig. Eigentlich müsste das so groß sein. Ich bin mir nur nicht sicher, ob der Zoo da nicht zusammenbricht. Wenn ich so ein riesiges Ding mache. Da muss ich nochmal in mich gehen. Eigentlich müsste das so riesengroß. Weil so ist es ja nur echt. All man klein, das fällt. Und der Plan war eigentlich, hat man dieses Elefantengras zum Beispiel. Das könnte doch so ein bisschen... Ich glaube, mit der Einhandtastatur ist doch bescheuert. Ich muss mal die Tastatur ausstellen. Mit der komme ich nicht klar. So, die weg. Ja. Ja. Ich finde doch die große Tastatur. Wieso finde ich das Elefantengras nicht? Achso, das ist da, ne? Eigentlich war die Idee, dass man da vorne... Guck mal, das sieht doch aus wie Mais, ne? Irgendwie so ein bisschen... Wenn man jetzt hier noch so Mais rein macht. Aber ich glaube, die werden alle viel zu klein, die Felder. Die müssen viel, 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 viel größer. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass die Performance vom Zoo dann völlig in den Keller geht. Von dem Zoo, der kein Zoo ist. Das könnte man ja notfalls, könnte man das als Mais durchgehen lassen, ne? Das ist natürlich total schief. So, jetzt machen wir mal den. Das machen wir als Gruppe. Und dann nehmen wir das mal noch mal drehen. So. Und das muss ja auch so sein. Moment, da muss ja noch ein Weg zwischen. Oder machen wir dann nur so ein... So. Äh. Ah, das sieht schon ziemlich nach Maisfeld aus. Ah, da muss ich doch mal gucken. So ganz gefällt mir, zufrieden bin ich damit noch nicht. Okay. Nee, der muss doch ein Stück weit darüber. Weil, man weiß, ist ja sehr oft so richtige Reihen zwischen, ne? Nee, das kann ruhig so reich aussehen, weil so sind die ja in echt auch. Und ich denke mal, weil das ja auch so ein Ökobauer ist, kommen hier natürlich noch so Blumen hin. Aber ich setze hier, glaube ich, noch mal ein Stück zurück. Äh. Das ist jetzt mit I. Und das mal alles. Und setze das mal ein Stück zurück. Und dann macht er natürlich vor dem Feld. Kommt natürlich hier so ein Blühstreifen hin. Für die Bienen. Nee? Äh. Hier kommt jetzt erst mal... Da machen wir erst mal auch. Da machen wir erst mal so einen Weg zwischen... Nee, hier zwischen machen wir einen Blühstreifen. Zwischen den Feldern machen wir jetzt einen Blühstreifen. Genau. Dazwischen, für die Bienen. Dann setzen wir nämlich doch das hier wieder zurück. So. Vielleicht so. 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 Und... Hier zwischen... ...kommen natürlich Blumen. Für die Bienen. Für die Bienen. Könnt ihr auch hier so welchen... ...die so paar sich füröd haben, oder... Nee, machen wir nicht. Aber wir machen hier noch dazwischen. So. 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 Natürlich Brennnesseln dürfen da auch wachsen. Könnte man hier eigentlich auch noch so ein Imker-Ding hinstellen, ne? Ich hatte mal einen gebastelt, muss ich mal gucken, ob ich ihn natürlich schnell wieder finde. So, geht da hin. Und dann brauchen wir noch diese roten Blümchen. Die gelben können wir jetzt natürlich nicht nehmen. Die passen nicht. Die hier vielleicht noch dazwischen. Und dann noch die hier. Das wird ein richtig schöner, bunter Streifen für die Bienen. Ach ja, guck mal, die Moosglöckchen können wir natürlich noch hin, ne? Die hier noch. Oh, ist das hübsch. Kann ruhig so ein bisschen ans Feld ran, weil die Blumen halten sich natürlich nicht an die Streifenriegel. Die wachsen halt einfach, wie sie wollen. Nein, das war nix. Wo sind denn hier meine Moosglöckchen? Wir haben die noch dazwischen ein paar. Da ist immer noch ein Moosglöckchen. Das ist doch echt schön, ne? Oh, sowas würde ich mir natürlich in echt auch viel öfter wünschen. Aber manche, viele Bauern machen das bei uns ja auch schon. Dass die so Blumenwiesen hoch anlegen. Also ich sehe das hier ganz oft bei mir. Da muss man mal vielleicht Lila noch mehr. Obwohl, die müssen natürlich auch dazwischen. Oh, ist das herrlich, wa? Du, 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 du. Du, du, du. Du, du, du. Was ist das hier noch? Ne, Quatsch. Geht ich aus? Ne. Tönef. Ich hätte hier gerne noch ein paar mehr. Die noch mal so dazwischen. So, ein paar davon noch. Ne? Und hier die, wo sind denn die Lila noch? Da muss noch mehr von hinten. Da von denen hier. Ja. Die so oben rüber gucken. Da können sich ruhig ein paar ins Feld verehren. Das stört den Bauer nicht. War das ein Öko-Bauer? Das ist doch so ein bisschen aus wie Kornblumen, ne? So. Da haben wir unseren Bluestreifen. Dann machen wir hier nochmal. Ne, die Wartel-Taste wollte ich. Die wollte ich nicht. Die wollte ich. So ein paar eine Seite noch. Also, irgendwie muss er ja auch zu dem Feld hinkommen, ne? So, das hab ich natürlich vergessen. Natürlich. Du musst das ja unterm Feld. Muss natürlich Erde sein. Erde schwer am besten. Weil wächst ja nicht auf Gras und Mais, ne? Na, das sieht man ja so nicht. Doch, das sieht man doch durch. Ja. Das Rapsfeld muss ich auch noch größer machen. Und hier auch. Ich glaub, da hängen wir noch ganz viel dran. Das muss auch noch länger. Das Feld. So, und hier vorne. Da haben wir doch schon langes Gras, ne? Da machen wir nochmal ein paar von den kleinen Blümchen. Und irgendwie muss der ja auch dahin kommen, ne? So, da fährt er dann im Trigger durch. Äh. Da auch nochmal. So, da fährt er dann natürlich so, muss das natürlich sein, ne? Muss ja da auch irgendwie rüberkommen. Und dann kommt er von da. Fährt er da so lang. Okay, halt den weg. Der muss... So. Der muss halt sich so rüber. Und dann fährt er da lang. So. So, nochmal hier so ein bisschen grün. So. Viel geschafft hab ich heute nicht. Aber... Ich glaub, ich mach da jetzt noch so irgendwie ein paar Bienenkörbchen hin oder sowas. Okay. Aber für heute reicht's erstmal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.